Es ist angerichtet. Und da ist der Ballverlust. Sauber drauf gehalten. Ein Monsterding, aber nicht passiert genug. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden können. Da wird er vom Ball getrennt. Da wird er vom Ball getrennt. Ein langer Laufkrieg im Tor. Chance zu flanken. Die Chance. Er hat sich nicht gewagt, aber er hat sich nicht gewagt. Er hat sich nicht gewagt, aber er hat sich nicht gewagt. Freier vor dem Tor. Kann aller freieres Deck vor dem Tor. Er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Stark gemacht. Der Konter läuft. Jetzt müssen Sie sich neu orientieren. Und er bezieht seinen Keeper. Jetzt spielt er mit ein. An der Eckfahrer. Mit der Stirn. Es fehlt nur Millimeter zum Tor. Und um die Ecke. Er kümmert sich. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Das sah auch nicht schlecht aus. Aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist so eine Gnade. Jetzt ist Übersicht gefahren. Aber mal nicht. So nicht. Da treibt er den Ball weit vor. Nee, der Ball ist weg. Er versucht zu verleiten. Er versucht zu verleiten. Er versucht zu verleiten. Er versucht zu verleiten. Der Ball ist im Aus. Übersicht zu verleiten. Endlich. Erいます. Der Ball ist im Aus. Der Ball ist im Ausjaf. Der Ball ist im Ausjaf. Aber der Ball hat sich den Platz erarbeitet. Er ist die另外 des Baustos-Sahen. Aber der Ball nicht rein. Er ist der Ballィ. Da habt ihr vielleicht gedacht, er ist doch noch weit gefehlt, aber da wüssten wir noch nicht drauf gehen. Weit gefehlt. Das kann man besser lösen. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die geben es ist zwar nichts schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen. So, wenn du dich interessierst, du wirst. Der ist nicht vom Ball zu trennen. Jetzt kann er zum Abschuss kommen. Der Ball kommt durch. Das war knapp, aber er stand tatsächlich dahinter. Das war die ersten 45 Minuten. 0 zu 0. Bis jetzt keine Tore. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Jetzt vielleicht die Chance. Und er klaut ihn das, oder? Die regarde es nicht. Genau. Nahtalemosiniger, der soviel ist ja jetzt. Was für einen ges legen. Ja, der soviel ist ja. Ah, nahtalemos kann dann aber das soviel. Der ist ja nicht. Den sind nicht nur. Oh. Los geht's nicht. Der ist ja nicht. Jetzt kommt ein Sieg von Zkell. Es ist ja nicht gut. Hier ist ja nicht soviel. Dann kommt ein Sieg von Zell. Ich bin ja nicht soviel, aber erinnigt. Stark gewacht, der Konter läuft. Hoch und weit und erst mal durch. Schon läuft der Gegenhände. Das ist der Treffer, der dieses Spiel hier so bitter möglich hat. Der Keeper kann die Beine festhalten, er hat die Zahl der Preis kaputt. Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers, der legt ihm den Ball auf. Und er hat nicht abgeschaltet, er hat nachgedritten, er macht auf den Ball. Neuer Spielschlag, 1 zu 0. Schwierige Situation, sie liegen hinten, sie müssen jetzt den Kopf oben halten und versuchen so schnell wie möglich zurückzuschlagen. Hier ist Sackgasse. Den Unterweg. Er nimmt den zweiten Weg. Und der Schiedsrichter gibt den Beispiele. Ich habe überrascht, wie es da nicht kreieren. Ja, das wäre gefährlich geworden, wenn er den Spieler einen vollen Lauf bis vor das Tor hätte laufen lassen. Er musste einschreifen, aber das Technik, das war falsch gekreift. Da kann er sich lösen. Und zückt. Aber der Lüge geht dann getroffen und das ist dann greiflich. Und er schießt und den holt er sich. Wunderschönes Dribbling, der Ball und er verstellten zu einer Einheit, aber er nutzt diese Chance nicht. Und in der Mitte winken seine Jungs. Ja, der hat sich von der Ostermütte, er hat es noch. Und er hat schwach gespielt und weg ist die Kugel. Erinnert an den Dünnen, wenn die Ball gekommen und das ist faul. Da ist die Chance. Das hätte das Zweimel sein müssen. Okay, sie führen immer noch, aber sie wären schon gut beraten, aus diesen Chancen mehr zu machen und die Führung auszubauen. Da kann er sich lösen. Starke Defensivaktion. Jo, der zieht rechts, fleißig seine Bahnen, aber wo sind die Kollegen? Oh, es ist ja in der Augenblick. Er sitzt. Das hat er so well geschafft und platziert wieder auf. Die Spannung ist das natürlich klasse. In der Augenblick zieht man ihn, aber er ist in der Augenblick. Perfekt platziert. Damit geht es wieder von vorne los. Wir haben den Galtstein erzielt. Sind Sie jetzt damit zufrieden oder wollen Sie noch mehr? Zurück, zurück, zurück. Gut gefährt. Gut abgefangen. Gut abgefangen. Hier hat er sich schön geholt. Ich bin nicht gespannt, was er dort macht. Die letzten fünf Minuten dieses Spiels laufen. Und weg ist der Bahn. Der Schiedsrichter verlegt den Tatort auf außerhalb der Strafraumgrenze. Also nur Freistoß. Er verlegt das Foul nach außerhalb. Der Schiedsrichter entscheidet noch einmal auf Freistoß. Das ist Eigentlich lustig. Also sind wir alle Gle cellen vergebnisse. Haha. 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 ereine. Was sind Sie, ich weiß nicht. Ach, ich habe schon gesagt, ich habe die Karriere. Schiff zurück, Auerbach. Macht er gut! Da hat er in der Schloßstück. Das Spiel ist aus.